So, willkommen zurück zur zweiten Folge. Und die Welt ertrank in unserem Blut. So, das sind jetzt also die Heldengeschichten. Wir können das jetzt machen, wie wir wollen, so wie es aussieht. Und ich nehme an, jede dieser Kampagnen hat immer so ein paar Level, so wie es aussieht. Dann fangen wir einmal mit dem 1 hier an. Durch Morast und Blut. Der britische Panzer MK5 ist eine gepanzerte Bestie, die nur zu einem Zweck dient. Dem Durchbrechen feindlicher Linien. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Durchbruch. Durchbrich. Achso, doch, ist er richtig. Durchbrich mit dem MK5 Panzer Black Best, die feindlichen Linien. Jetzt bin ich einmal gespannt, ob das wirklich verschiedene Level sind oder einfach, wenn wir jetzt spielen, verschiedene Abschnitte, die aber nahtlos in einander übergehen. Das könnte sein, dass das so eine Art Checkpoints dann vielleicht immer sind. Mein Rohr bl .. Ausfaden Wachstub Meinohra gad 對 Ausgüwho Ausfaden Abenteuring sensitivity Ausfaden 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020